Martin Jene ist ein deutscher Althistoriker. Martin Jene ist Sohn des Mathematiker Wolfram Jene. 1973 machte er sein Abitur am Nikolaus-Gosanus-Gymnasium Bergisch-Gladbach und nahm anschließend ein Studium der Geschichtswissenschaft und Germanistik an der Universität zu Köln auf. Im Dezember 1978 legte Jene das erste Staatsexamen ab. Bevor er zwischen Januar 1979 und Juli 1980 einen graduierten Kolleg an der Kölner Universität besuchte. Danach begann Jene im August 1980 als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für alte Geschichte der Universität Passau zu arbeiten. Dort promovierte er 1984 zum Dr. Phil. Seine Dissertation Der Staat des Diktators Cäsar gilt noch heute als Standardwerk. Bis September 1990 war Martin Jene dann als akademischer Rat an der Passauer Universität tätig, an der im Dezember desselben Jahres durch die Philosophische Fakultät habilitiert wurde und bis zum Sommer 1991 als Oberassistent am Lehrstuhl für alte Geschichte weiterarbeitete. Seine eigenständige Lehrtätigkeit begann im Sommersemester 1991 mit der Vertretung einer Professur für alte Geschichte an der westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Im Wintersemester 1992-93 folgte Jene dann dem Ruf auf den Lehrstuhl für alte Geschichte an der Technischen Universität Dresden. Dort war er von Mai 2000 bis Mai 2003 Dekan der Philosophischen Fakultät. Martin Jene beschäftigt sich in seinen Forschungen vor allem mit der politischen Geschichte der römischen Republik und Kaiserzeit. Hier ist er unter anderem als Biograf Cäsars bekannt. Sein Werk Cäsar wurde bereits in mehrere Sprachen übersetzt. Seit 1998 ist Jene Mitglied der Kommission für alte Geschichte und Epigrafik und ordentliches Mitglied des Deutschen Archäologischen Instituts. 2000 wurde er zum Fachgutachter für alte Geschichte bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft gewählt. Des Weiteren war Jene Mitglied des Auswahlausschusses zur Vergabe von Stipendien der Alexander von Humboldt Stiftung und seit 2000 Betreuer am Europäischen Graduiertenkolleg 625 Institutionelle Ordnungen Schrift und Symbole Ordres Institutionelles Des Iquite-Symboles der Thu Dresden Jene ist Mitherausgeber verschiedener wissenschaftlicher Zeitschriften Seit 1999 der Cleo Beihefte Seit 2001 der Historia Zeitschrift für alte Geschichte und Historia Einzelschriften sowie seit 2004 der Enzyklopädie der griechisch-römischen Antike Seit März 1982 ist Jene verheiratet. Aus dieser Ehe stammen zwei Kinder Schriften Monografien der Staat des Diktators Cäsar Köln Wien 1987 des Passau 1984 ISBN 3-412-06786-5 Keune Irene Untersuchungen zu den Befriedungs- und Stabilisierungsbemühungen in der griechischen Poliswelt des 4. Jahrhunderts v. Chor Stuttgart 1994 Habill.schr Passau 1990 ISBN 3-515-061991 Cäsar München 1997 3 Aufl 2004 Italienische Übersetzung Giulio Cesare Bologna 1999 Spanische Übersetzung Julio Cesare Madrid 2001 Chinesische Übersetzung Hunden 2002 Gekürzte Fassung als Hörbuch Berg am Starnberger See 2007 ISBN 3-406-410-448 Die Römische Republik Von der Gründung bis Cäsar München 2006 2 Aufl 2008 Italienische Übersetzung Romanel etta della Repubblica Bologna 2008 ISBN 3-406-50862-6 Der große Trend, der kleine Sachzwang und das handelnde Individuum Cäsars Entscheidungen München 2009 ISBN 3-423-247118 Herausgeberschaften Demokratie in Rom Die Rolle des Volkes in der Politik der Römischen Republik Stuttgart 1995 ISBN 3-515-068-600 Herrschaft ohne Integration Rom und Italien in republikanischer Zeit Frankfurt am Main 2006 HRSG Mit René Pfeilschifter ISBN 3-93803-2111 Fußnoten Homepage des EGK 625 an der TU Dresden